hi leute und herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine spc dies zu lösen gilt heute haben wir eine neue live spc eine headliner challenge und sie nennt sich leistung ist entscheidend dort beinhaltet haben wir zum einen das seltene goldspieler pack and klein leider anschweigt und ein münzboost im wert von 2500 coins ich denke ja diese spc kann man auf jeden fall mitnehmen denn sie kostet uns nicht viel vielleicht vier oder 5000 coins ich würde sagen ich gehe einmal die bedingungen durch und danach machen wir auch mein pack auf nachdem wir das gelöst haben länderregion mindestens zwei spieler aus der selben liga max vier gold mindestens drei spieler seltene mindestens fünf spieler team gesamtbewertung 65 team chemie 85 und wie es von mir gewohnt zeit gehe ich hier einmal still speichern durch die spieler durch ihr könnt dann das video pausieren und euch die spieler vom transfermarkt erst neid mir dafür gern genau 48 stunden zeit diese spc abzuschließen und dann ist sie weg ok ich würde sagen legen wir los let's go und damit haben wir diese spc gelöst hier für den preis von aua ja die müsst ihr nicht den hatte ich mal irgendwann gekauft, als er noch teurer war und seitdem liegt er im Verein. Den bekommt ihr aber für circa 700 Coins. Okay, das Ganze haben wir abgegeben und nehmen wir natürlich mit, auch wenn ich hier kaum spiele. Ja, wir halten noch irgendwie ein Item, das hatten wir auch letztes Mal. Oder er sieht das als Item, aber ja, der Minz Boost, der wird uns hoffentlich gut geschrieben. Und dann schauen wir uns jetzt das Pack an. Wir haben hier einen seltenen 82 Plus Spieler. Ich denke, das kann sich lohnen. Komm, gönnen uns irgendwie einen Headliner. Es wird ein Walkout, das ist schon mal sehr gut. Oh, oh, not so bad. Man, nee. Ja, moin. Nehmen wir doch gerne mit. Ist leider hier nur auf dem SPC Account, aber ja, auch solche kleinen, ich sag mal, kleinen Packs können auch ganz gut gönnen. Ja. Nehme ich auf jeden Fall auch das Pack mit, auch dem Main Account. Also da kann man echt nichts falsch machen. Und auch hier, das sieht gut aus. Wir haben hier 83er drin, 82er, die kann ich sogar alle noch verkaufen. Perfekt. 89er. Man, nee. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt ja gerne kommentieren, was ihr gezogen habt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und unterstützen. Und unterstützen würde mich auch ein kostenloses Abo, damit ihr zukünftige Videos nicht verpasst. Und ja, in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020